Hallo bei Musikmariné, der Nicola hier von NM Show 2013. Wir sind bei Radial Engineering und es gibt die nächsten Neuheiten zu sehen. Peter. Das heißt, ich kann mit einem Mikrofon an den anderen, vielleicht ein Neumann, vielleicht ein AKG, vielleicht ein Schur. Also, ich kann mit meiner Gitarre Amplifizierung hören, das ist komplett pure, keine Pre-Amplifizierung, es ist 100% pure. So, es ist sehr schnell für Produktion, comparing die Mikrofon zu bekommen, die beste Sound zu bekommen. Wir haben auch die Cherry Picker, dieses Mal ist für Pre-Amplifizierung, so ich kann mit einem API mit einem Radial oder eine Neve, oder so, wie das, zu sehen, was das beste ist für meine Gitarre Amplifizierung oder für meine Gitarre Amplifizierung. Weil die Musiker oder die Artist ist involviert, in die Decision-Making ist viel mehr musically pleasing zu der Artist. Es ist mehr Productive, es ist quicker, es saves Zeit und natürlich, Sie bekommen bessere Resultate, weil die Artist ist mehr Comfortabel. Diese sind großartig, sie sind über 400 Dollar, und einfach viel Spaß für die Studio. The Cherry Picker, the Gold Digger from Radial, on behalf of the guys in Germany, here at NAM 2013. Thanks, Peter. . . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017